Hallo und Herzen Willkommen, einem's Hals zur Schnauze. Äh, erst mal, wenn am Modus ist, dann noch der Dach. Du, ist auch dabei. Ja, reicht schon jetzt. Julia! Ne, lass mal. Grüßen Sie sich selbst, bitte! Pain! Pain! Hallo! Er ist auf K. Maxi! Ja, hab ich alle, oder? Ja, glaub schon. Oh, sorry, sorry. Halt nur Items nicht, aber alles ist egal. Items hat Kassier, der hat ihm gegeben. Hast du die Dose geklaut? Erstmal Items, die Dose geben hier. Das heißt, ich bin gar nicht anwesend oder sowas, wenn ich ihn nicht erwähnt werde. Ich hab dich auch nicht. Er hat gesagt. Wann? 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 Als Erstes? Als Erstes? Ja, genau! Als Erstes, so können wir deinen Namen, Kollege. Nee, er hat gesagt, Tauro, Dalu und Julie. Ich muss mal die Tapes checken. Okay, come on. Die Tapes. Also, wenn du irgendwann aufhörst, auf Ultra-Aktim aufzunehmen, dann ist alles super. Das ist nicht so klug. Ich weiß. Ich hab random damage geführt. Super gemacht. Die Pain hat den gecastet. Nee, du alter. Aber Pain ist doch... Du alter Schnulzenprinz. Die Pain ist doch was. Ist Pain nicht Dete? Ne, ist TauTau. Ich bin Dete. Und ihr habt der Random Damage und Bar Damage pressen. Da ist aber auch sehr blöd. Aber ich sag, Pain ist ja eigentlich böse. In Form und Weise. In Form und Weise. In Form und Weise. Von einem Turm, ich glaub, es ist doch ein Turm. Ich glaub, es ist ein Turm. Da konnte ja gar nichts machen. Du weißt, vom Turm? Ja, aber es war vom Turm. Von welchem Turm? Ich wollte die ganze Zeit noch... Also, ich bin auf einem Turm. Ich glaub, es war der Wurm. Furcht. Ich glaub auch. Weiß. Ich glaub, es war ein Affe und der hab ich nicht gehört... Ein Affe? Der einzige Affe springte hier grad runter. Der um sich geschlagen hat. Alle Affen sind grad im Turm. Das ist nicht wahr. Wann mal kurz, wo ist der Halu? Im Haupthaus. Ich hab den Inno gekillt, krass oder? Wie du hast den Inno gekillt? Der ist ganz zu frech. Der da oben? Ne, das ist Pain's Leiche. Eigentlich ist er weder Inno noch gut. Wieder gut gemacht? Wie Julie war böse. Wie Julie war böse? Items! Du hast ein Messer-Items. Das ist nicht nett. Außerdem hast du mich angestochen und ich blute. Das war ein Knuddler. Geh weg! Böses Katze! Ich war Spy. Ja, der Spy. Wir haben einen Spy jetzt wieder dabei. Warum? Weil ich am Anfang dachte, er stand unbewaffnet auf dem Dach und hat dann zu einer Waffe gewechselt. Genau als der Random Damage kam. Wessen Vertrag hatte er? Mein... Ja, also alles gut schliegt! Ich hab nur gesehen, dass du für uns kämpfst, Pain, oder? Ich glaub, als Spy siehst du den... Julie! Du siehst den Spy. Julie! Das ist ein Bug. Du siehst den Spy. Was gibt's, Katze? Dieskonst Хорошо. So, tun sie mir nichts! Das war ein Denkfehler. Das war ein Denkfehler. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das hat nichts verbrochen! Denkfehler? Denkfehler! Denkfehler! Denkfehler. Denkfehler! Denkfehler! Das war aber ein Dead Ringer! Was passiert eigentlich bei den ganzen Kisten? meine diskon das war ne schlechte idee. Das war ne sehr schlechte idee. Wer, wer, wer gaunert hier rum? Ach das ist der Dete. Oh, die sind stabil. Dete gaunert nicht rum. Ich bin zurweil.. Das war echt nicht. Jemand hat den gekillt. Ja er hat den Golden Eagle auf dich geschossen, weil du in dem ... Du bist also safe. Dein, ich bin Survivalist kam reichlich spät, nachdem du die Fire Eagle da abgeschossen hast. Äh, ja ich bin wirklich, ich bin Survivalist. Lies mal stimmen. Ja, das ist doch gut. Hast du den wiederbeleben wegen V.O? Äh, ne, ich hab den Arsken auf TauTau, TauTau oder durch TauTau getötet. Ey, wie hieß das, aber was ist der Kuss? Der Arme Tee. Aber was? Schade, ob ich dich schubs, he? Julie, warum hast du ne Teva-Filler-Hand? Weil sie Survivalist ist. Das werde ich überprüfen. Ja? Mit ner Golden Teegel. Meine Punkte. Aber ich bin Survivalist. Wer hat jetzt Julie gekillt? Wer hat denn jetzt Julie umgebracht, Leute? Einer von euch verrät mich. Wer ist der Verräter? Ach, dann sind die beide böse. Wer hat den Vertrag? Hast du den Verräter? Wer hat den Vertrag? Ich hab den nicht. Aber du hast den Verräter, glaub ich, umgebracht, wenn ich das richtig seh. Ey, aber wer hat deinen Vertrag? Ich bin doch gar kein... Es bin deiner. Komm zurück ins Fadenkreuz. Deine nicht. Komm zurück. Danke. Dein Freund und dein Feind umgebracht. Danke. Ist er denn da hinten? Au. 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 Der Turm ist leider... Hast'n Turm bezieht. Da hab ich 360 gemacht. Bin ich getroffen? Au. Ab ins Loch. Bin ich ins Loch. Hi. Ich hab noch 6. Hallo. Hallo? Hallo? Bleib da! Ich komme! Ich bin aber doch hier. Ich muss da oben hin. Ja. Kommt die neue Meter. Shotgun Meter. Ja. Marvin, fertig. Schon da? Ich bin schon in der Nähe. Ich brauche mich nicht hoch, wenn er da mit der Shotgun steht. Kann nix. Kann nix. Kann nix? Ah! Sorry, Payne. Hey, warum musst du mich gekillt? Weil du Spy sein musstest. Weil du Spy sein musstest. Ja, aber das wusste er nicht. Ja doch, weil ich Trader war. Ich hab einen mit ner Traderwaffe gekillt. Und dann hast du deinen Neife in der Hand. Ja eben, ich hatte doch sogar das Messer einfach in der Hand. Und no one cares. Ne, einer war ja mein Bodyguard, anderer war mein Kollege und einer muss Spy gewesen sein. Keiner von euch. Aber Payne, das fand ich schon schwach. Ja, keine Ahnung. Und Payne, bei der Aktion musst du natürlich auch bedenken, du hättest ja auch genau andersrum so gehandelt. Mir ist nix Ulkiges eingefallen. Hey Leute, gefällst du mir nicht. Ich hab nen K an die Wand geschrieben. Heute, Leute. Sonst immer. Aber heute ist, heute ist ganz schlecht. Also du musst wirklich mal. Ja, ich möchte kein Baby. Hallo! Die kommen genau zum richtigen Mister. Okay, komm ich. Okay, alles klar. Perfekt. Hinter dir, hinter dir. Ich glaub ich hätte es besser Items geben sollen. Ich weiß jetzt echt nicht, was es mit Items ist. Was? Hätt das jetzt einen Unterschied gemacht? Was hast du denn jetzt? Hey Abi! Hätt das jetzt einen Unterschied gemacht? Julie, was noch mal? Vielleicht. Ich bin fast. Hey! Hätt das jetzt einen Unterschied gemacht? Julie hat gerade den DT gefühlt und rennt weg? Nein! Und wie ist Kapuze denn gestorben? Okay, dann ist es Starloof. Oh! Ihr habt den richtig erwischt. Ich hab überhaupt nichts gesehen. Was ist denn hier los? Na, hallo? Komm mal! Das sieht nicht so aus, immer! Ach, Julie! Was ist das für eine Waffe Items? Das war eine Kichtung! Das war eine Kichtung! Warum wirft ihr eine Harpune? Seid schon böse! Gehen sie da weg! Weg jetzt von den! Wer verarscht mich denn von... Hör auf, die wieder zu beleben! Alles war ein Deadringer! Das war ich nicht! Okay, den mach ich fertig! Werfen geflogen! Werfen geflogen! Warte, ich war Spy! Was war denn das? Warum hast du mich einmal angeschossen? Warte, du hast mir nicht hergegeben, was der hat gehört! Ich habe ihn hergegeben, dass du nur noch keine Zeit lassen! Der hat, der hat mir gehört! Alter, ich hab 10 Sekunden, über 10 Sekunden... Julie konnte nicht auf... Du hast 10 Sekunden, du hast gar nicht gecheckt! Du hast gar nicht gecheckt! Du hast gleich gesnackt! Ja, ja! Ich hab ja zu langsam, bist du! Der Snacker! Oh, dann wirft er natürlich ne Taube im Free-on-Wall! Der ist ja ganz schmack! Ey, du hast dich abgeschossen! Und Darlow hat doch keinen Warnschuss! Einer hat mit der Schrotflinte... Ein Warnschuss mit der Schrotflinte! Ins Gesicht! Mehr als... Mehr als genug Zeit geben! Das kannst du uns dann auch... Ja, 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 ja! Doch! Ja, ja, ja! Wieso? Ich komm hier nicht mehr raus! Eine Eingänge brennen! Wieso ist überall Feuer auf? Darlow, kannst du bitte bestätigen, dass es über 20 Sekunden Zeit geben hat, um zu reagieren? Nee! Okay! Das war fast Impfwind! Ja! Alles Ordens! Faaainu! Alles Ordens! Draaf! Hey, ihr... Er hat hier... Er hat hier... Er hat hier... Da doch! Da ist einer runtergefallen, Taube! Der ist runtergefallen! Nee, nee, nee! Ich hab's gesehen, dass er runtergefallen ist! Welcher Drecksack hat mich da grad anzünden? Oh, ne Test! Der weg, Juli! Der weg, Juli! Da ist... Das ist... Was ist... Was wird denn hier geworfen? Weil du Faxen warst! Die... Die... Die Trolle sind am Dach bei dir! Die Trolle?! Ja! Jetzt konfirm nochmal... Althums, der liegt da oben! Althums! Oh, Juli! Doch! Das ist... Ja, ich hab Juli getötet! Ich gebe recht! Das bin wirklich ich! Hallo, bist du? Na, ich bin Survivalist! Ich hab's doch gesagt! Oh, warte! Ich bin angekommen! Juli! Was passiert, wenn man nicht Ult-Kick ist? Tja, was... Was macht das Wurzend denn hier? Irgendwie fällt der so ganz langsam runter! Nein, jetzt wollte ich einmal Juli zeigen... Ja, du bist irgendwie so... Im Slow-Motion hat er dir gefallen! Ähm... Oh, was ist denn da... Wer ist das? Da liegt doch ne Leiche! Ich konfirm den lieber nicht! Ja, warte! Die hat Juli etwas... Kaboom! Kaboom! Das ist aber echt... Kaboom? Da ist einer im Tower, der... Tower, was tust du? Schlau... Schlau... Ja, wir auf dich auch! Achso, lol... Das ist... Ja... Da ist... Hm? Ja, du bist doch Sidekick wahrscheinlich, ne? Oder... Ja, da ist... Hm? Wie soll ich Sidekick sein, wenn ihr... Ja, jetzt kann ich ja wer anschließen! Wenn ihr alle böse seid! Ja, indem dich wer anschließt! Ganz einfach! Hallo! Komm, gut! Bist du Alon? Oder bist du Shin? Oh! Hm, okay! Das war fein! Au! Das hat weh getan! Tau, tau! Hm? Wo bist du? Ganz nah! Und doch so fern! Richtig! Hörter, lebst du noch? Äh... Ja, komm wieder! Sollte! Oh! Au! Au! Hey! Maxi ist also der Spy! Aha! Ja, vielleicht! Was machst du da oben? Ach! Boah, Fräulein! Ress ihr Haar! Das ist ihr Haar ausm Fenster! Ich muss es saufen, da hinten zu rum! Tafis! Tafis! Tafis, wo ist die? Da will ich dich nehmen! Tafi! Tafis! 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 Der OP auch noch zu small aufreißen ist auch schon nicht schlecht. Hat er gemacht, der Maxi. Er ließ sein Haar da runter. Drei Leute sollen holen, weil einer respawn ist. Da liegen sie alle. Auf der Treppe. Traurig. Treppen sind gefährlich. Maxi macht doch den Chicken Dance. Der Großteil der Unfälle passiert zu Hause. Auf Treppen? Ja auch in der Küche, auf Treppen, in der Badewanne. Deswegen keine Badewanne kaufen. Kein Stress hier. Alles gechillt, Mario. Jawohl, aber ich bin Schini, ey. Wenn ich sterbe, muss ich euch ab. Ja, geht's, Juli. Jetzt geht's aber los. Möchte Sidekick Schini sein, das wäre richtig crazy. Wer macht? Ich gehe da rauf einfach, so wissen wir alles. Sidekick Schini, ich habe eine Smoke, wenn ihr sagt jetzt. Jetzt! Nein. Warum ist jemand in den Bruderschaft? Oh Gott, der hat mir weggefasst! Hey, hey! Julie, geh weg von mir. Maxi, ich dachte, er schießt mich zum Zeit. Der hat mir gerade rumgeballert. Hä, was ist denn eigentlich gerade los? Alter, geht weg von mir, ich mache euch alle fällig, ja? Kannst du mir das eigentlich erklären? Ja, Tautau hat auf mich geschossen. Also, er hat's so getan, er hat an die Decke geschossen. Ich dachte, er schießt mich zum... Naja, ist das Maul. Äh, ich dachte, er hat mich zum Zeit... Was ist? Irgendwas ist explodiert. Jetzt geh weg mit dem... Na ja. Warte, warte, warte. Oh, kommt er wieder. Oh, Moment. Hallo, Nishi. Ja, 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 ja. Aber sie sind der böse Weg! What? Ich war's fein. Maxi, sorry, Alter. Das war super. Ich hab aber auch gedacht, er so, komm mit meinem Bruderschaft durch, das ist nein. Wumpe da erschossen. Ich dachte, er schießt mich. Ich hab einfach direkt Maxi erschossen. Ja, war nix. Da, da, das ist nix. Da, da, du solltest ja nicht so am Klima. Du hast mich nicht mal getroffen, oder? Ich war nicht mal der Bruderschaft. So off, yes. Ich hab meinen Job erledigt, Items hat überlebt. Ja, Maxi, er ist mein Bodyguard, du erschießt den auf einmal neben mir. Ja, aber ich dachte, ich bin in einem bösen Gang jetzt. Wie bist du denn geschossen? Äh, die Juli hat einen Tau auf mich geworfen. Du wurdest doch abgestochen, oder nicht? Warte mal, hatte ich dann nicht gerade... Das würde die Juli doch nie tun. Moment, da wurde jemand anderes abgestochen. Ja, aber ich käme die Hände, weil der ist doch doch wieder Mörder. Das ist mir zu gefährlich, Payton. Und warum ist da oben ein Boomerang unterwegs? Juli, du Boomerang-Killer. Juli, was sie ist? Ja, sie war es zumindest. Das ist ein Killer. Den hab ich von Juli. Das rechtfertigte... Hallo? Oh, das war der Falsche. Das tut mir jetzt echt leid. Ah, der war richtig schlechte Detektor. Oh, wow. Der Tete knallt seinen eigenen Bodyguard ab. Warum hast du da noch nicht getötet? Das hat er versucht, aber da hast du mich gerettet. Du kamst mir dazwischen. Das war... Ach man, als du gefragt hast, wie ist Payton gestorben, wollte ich ihn abstechen, Alter. Aber da hat mein Trailer-Kollegen statt dazwischen. Aber Juli hat sich dann schneller als Spy geoutet. Ja, wie denn? Der, indem du auf mich geschossen hast, das warst du nicht verdichtlich. Ja, du sagst schon aus, als wenn du schießen willst. Ich hab doch auch schon geschossen. Halt! 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 Da freundlich. Warte, hier nimm dein Contract bevor der auf mich schießt. Das war Juli! Das war Howie! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Warte, ich will den Contract! Nein, Juli! Doch, Juli! Die ist verrückt! Hauptsache, da steht dann, Your New Master ist. Einmal bitte ein Contract aufheben. Waren wir alle jetzt hier? Ich hab euch verraten, meine Gott. Einmal bitte kaputt zu ziehen. Oh, Maxi, was machen Sie denn hier? Hallo? Weiß ich noch nicht. Was machst du denn hier? Ich hab Dada und Dada... Items und Maxi können sich duellieren. Okay, Mann. Ah! Und? Ne, da war's nicht. Ich duell ihn nicht mit niemandem. Du machst das. Komm! Wo ist er? Moment, wer war jetzt wirklich mein Kollege? Und was war Kapuze? Wie war Kapuze? Wer kauft denn nen Fake, ähm, Omega-Lude? Du hast Maxi geknickt! Du hast mich einfach hingerichtet! Doch! Du hast mich einfach hingerichtet! Krassisch! Aber das haben wir dann nur Ausschluss erfahren! Ohne, ohne handfeste Beweise! Das war dann 50-50! Ja, du solltest nicht ins Casino gehen! Äh, bei einem 50-50! Da ist die Chance nicht schlecht! 50-50! Dada, Dada hab ich bestellt! Dada, Dada, Dada! Dada, Dada! Dada, Dada hab ich bestellt! Dada, Dada, Dada! Ich glaub nicht, der hier ein Diegelschuss war! Ähm, nein! Ne, das war bei einem Items, glaub ich! Ach so! Also, ich glaub, items ist der Verdächtigste in dem Fall! Echt? Wirklich jetzt? Ja! Mhm, okay! Ey, taub! Der Taub, Taub! Ne, ne, ne! Siehste? Ja! Hahaha! Hahaha! Mr. Spy! Mhm! Au! Was? Was? Was hast du denn da in der Hand überhaupt? Ist das ne Heilige? Ja, nein! Nein, wait! Wieso? Dann gib mir den Defi! Du die, warum wirst du ne Brand? Dass du weg gehst! Haha! Was bist'n du jetzt? Wait! Wahnsinn! Hahaha! Oh, oh! Oh, oh! Baluui! 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 Wie blöd hältst du mich? Das glaubst du gar nicht! Tschüss! Ich bin kein ... Ah, das halb geht die Gegele nicht! Ah, ich schlag nass! chill höh booooom hä wo bin ich gestorben? ja mach dich halt Payne hat sich abgeknallt kaputt. Aber du hast auch nicht geschossen. Ich hab zwei mal auf dich geschossen. Einmal die Treppe hoch, einmal die Treppe runter und dann hat Payne mich abgeknallt. Weil ich Traitor war. Aber warum hat mich dann Payne auch gemacht? Weil er auch Traitor war. Weil er auch Traitor war. Weil du Payne schoss. Dankeschön, meine Damen und Herren. Tschau.